Hallo, eine interessante Information zum Thema Wasser und Dichte nachzulesen auf den Seiten 50.4 bis 50.6. Aber erstmal kurz ein bisschen Physik. Das ist ein Graph mit der Wasserdichte von Wasser. Ja, mit der Wasserdichte. Mit der Dichte von Wasser. Wir haben hier auf der linken Seite die Dichte. Die muss uns nicht weiter interessieren. Und hier haben wir, bei wie viel Grad es welche Dichte hat. Ich habe hier mal die 0 ein bisschen größer gemacht und hier haben wir die 10 Grad. Und ganz wichtig, deswegen habe ich es mal größer gemacht, haben wir hier die 4 Grad. Und wir sehen, bei 4 Grad hat Wasser die größte Dichte. Normal hat man das auch schon mal irgendwann in der Schule gelernt. Und das merkt man sich und ja, das hat sich dann erstmal gegessen. Jetzt wollen wir uns mal angucken, was das eigentlich zur Folge hat. Wir gucken uns hier mal ein bisschen Süßwasser an und machen ein Gedankenexperiment. Ich habe hier mal eine Skala aufgemacht. Wir sagen einfach hier unten ist es 1 Grad, hier ist es 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad und so weiter. Und von oben kommt natürlich die Sonne drauf. Deswegen wird hier oben immer fleißig aufgeheizt. Und unten wird nicht aufgeheizt, deswegen ist unten immer ein bisschen kühler. Nächste wichtige Information. Warum steigt eigentlich warme Luft nach oben? Naja, weil sie warm ist. Nein, das ist falsch. Warme Luft steigt nicht nach oben, weil sie warm ist, sondern weil sie eine geringere Dichte hat als kalte Luft. Und genauso ist das auch beim Wasser. Und jetzt wird es sehr interessant. Wir haben gerade gelernt, dass 4 Grad die größte Dichte hat. Das heißt, Wasser mit 4 Grad ist am schwersten. Wasser mit 4 Grad ist also schwerer als Wasser mit 1 Grad. Das bedeutet, auf die hier oben hat das erstmal keine Auswirkung. Aber dieses 4 Grad kalte Wasser hier, das wird langsam absinken, weil es ist ja zu schwer. Es ist ja nur 4 Grad. Es hat ja die größte Dichte. Es wird langsam absinken. Und genauso, weil 3 Grad, 2 Grad und 1 Grad eine geringere Dichte haben, werden die alle nach oben gehen. So, wenn wir uns aber jetzt vorstellen, dass das Meer hier unten, keine Ahnung, vom Erdinneren abgekühlt werden würde, dann würde das bedeuten, dass diese 4 Grad absinken. Wir machen vielleicht hier mal ein Pfeil dran. 4 Grad sinken ab und dann werden sie da unten kühl. Und während diese 4 Grad unten gekühlt werden, sind ja diese zum Beispiel 2 Grad, sagen wir 2 Grad sind hier oben aufgestiegen, die werden ja dann hier aufgeheizt, weil ja oben drüber 5 Grad ist. Das heißt, die 2 Grad werden langsam zu 3 Grad, werden langsam zu 4 Grad. Das heißt, hier oben steigt die Temperatur, hier unten sinkt die Temperatur. Das heißt, das Ganze dreht sich wieder um und wir haben irgendwann wieder einen Fluss nach oben. Das heißt, die 4 Grad sind irgendwann mal abgesunken, weil sie am dichtesten waren. Dann wurden sie kühler, sind dann wieder weniger dicht geworden und sind dann wieder nach oben gekommen. Wofür ist das Ganze wichtig? Das ist dafür wichtig, dass wenn wir jetzt hier Nährstoffe reinpacken, dann werden die Nährstoffe durch diesen Kreislauf immer wieder durchgewirbelt, immer wieder hoch und runter gebracht durch diese Wasserverwirbelung. Ich glaube, auf Deutsch nennt man das auch Konvektion hier, dass das Wasser hoch und runter geht. Aber ich bin kein Chemiker oder Physiker oder was auch immer. Aber jetzt wollen wir nochmal einen Schritt weiter gehen. Ich habe das nur so einfach stehen lassen. Wir haben uns gerade nur Süßwasser angeguckt. Jetzt gucken wir uns Salzwasser an. Und da sieht die Sache schon ganz anders aus. Da ist es nämlich so, je tiefer die Temperatur, desto schwerer wird das Wasser. Also mehr so wie bei der Luft, so wie man sich das natürlich vorstellt. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns oder für Pflanzen oder Lebewesen, die im Meer leben, bedeutet das, dass es diese Konvektion, die ich eben erklärt habe, dieses, dass hier die Sachen durchgewirbelt werden, die gibt es gar nicht. Das heißt, was einmal abgesunken ist, wenn hier ein Partikel, irgendwie Stickstoff kommt, das sinkt einmal ab, das kommt auch nicht wieder nach oben. Wir gehen nochmal zum Süßwasser. Ein Partikel hier, was einmal abgesunken wäre, würde dann spätestens hier wieder irgendwie so ein Kert machen und wieder nach oben kommen und wieder nach unten gehen. Das heißt, es hat auch länger Zeit, um irgendwie verbraucht zu werden. Das ist hier nicht so. Aber das soll es auch schon gewesen sein zu diesem Video. Fragen, Kommentare, in die Kommentare und vielen Dank fürs Schauen.